Ja, easy peasy, sagte er. Schauen wir noch mal, was so easy peasy bei ihm ist. So, hier ist eine Luke. Oh, Spinde. Ja, hier ist mehr drin, wie bei Voidtrain. Bei Voidtrain ist gar nichts drin. So, ich glaube, wir müssen... Ja, wir müssen eh dahin. So. Na, dann wollen wir mal. Immer weiter nach unten in den Schlund. Habitat. Da wären wir auch schon. Hab' ich oder hab' ich nicht? Boah, wie cool das aussieht hier, ne? Voll geil. Das ist aber auch echt großes Meckern auf hohem Niveau, ne? Gut, klar. Mit dem Wachs ärgerlich. Aber es sieht trotzdem echt cool aus. Alter Schwede. Ich glaube, ich werde das noch ein bisschen häufiger sagen. Da unten ist eine... ein 3D-Drucker. Den können wir direkt mal nutzen. So. Gut. Aber erstmal hier... Wo muss dieser aufzeichnen? Erstmal... ...n Gesundheitsinjektor mit ihm. Und ich wollte was trinken. Siehste? Warte mal. Das können wir mal eben machen. So. Also. Weiter geht's. Hier ist wieder der Drucker. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ja. Ich kann nichts verkaufen, weil wir nichts zum Verkaufen haben. Wir haben 418 auf dem Konto. Heißt für uns... Ich kaufe... Was kaufe ich denn? Spare ich auf die Flinte? Oh. Schaden geht höher. Für 600. Hm. Was kommt da? Boomkugeln. Auch schön. Was haben wir sonst noch? Blockschutz. Schaden. Da geht der Schaden nach oben. Für 900. Funktion für Revolver und Seitenwaffe. Die kostet 800, ne? Ich bin noch überlegen, ob ich mal spare. Ja. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Mal gucken, wo es hingeht. So. Liegt hier noch was? Nein. Ich dachte vielleicht. Habitat. Okay. Hm. Sieht schön aus hier. Die Abwasserkanäle. So. Ja. Da. Na. Hier kommt doch was. Es bietet sich doch an. Oh. Da oben liegt was. Warte mal. Komm ich da rauf? Wie kommen... Ich bin endlich zur Müllentsorgung versetzt worden. Ich scheiße hier. Gerüchten nach soll es hier angeblich einen Weg nach draußen geben. Ein Hauptrohr aus Tank 6 führt direkt zur Kuppel. Das rote Rohr da ist damit verbunden. Das muss ich nur zurückverfeuern. Okay. Ich muss aber erstmal die Kiste jetzt ziehen. So. Nein. Hör auf damit. Lass das. So. Das haben wir. Wo kommen wir denn damit noch hin? Da oben. Da war schwebende Kisten. Ob es das in der Zukunft geben wird? Na sieh mal einer an. Ich bin immer noch... Ich bin immer noch so ein bisschen nervös. Von dieser allerersten Kiste, die wir damals hatten. Da hat uns irgendwas angegriffen. Oh. Inventar voll. Äh. Was? Schon wieder? Ah. Großartig. Ah. Mann. So ein Kack aber auch. So. Wir müssen also hier lang. Ja. Zu der Abwasseranlage. Wo wir aktuell nicht weiter kommen. Wir müssen dem roten Rohr folgen. Hat er gesagt. Ah. Hier. Ich will nur überlegen, ob ich nochmal nach oben gehe. Ach ne. Der ist ja gar nicht da oben. Der 3D Drucker. Das war ja... Stimmt ja. Der war ja woanders. Der war ja ein Formenladebildschirm. So. Caution. Was war das? Ich weiß es nicht. Na. Hör auf dich umzudrehen, Mann. Die Leute tun mir immer leid, die hier die Sachen reparieren müssen. Überleg mal, du musst hier so reinkrabbeln, musst hier so an den Sicherungskasten dran. Das ist aber ärgerlich. Es muss ja Leute geben, die das warten und so. Die tun mir echt leid. Oh nein. Das ist ja ganz toll. Das ist ganz großes Kino. Was ist denn hier alles im Wasser? Oder in der Kloake? Boah, das muss stinken. Hör auf damit. Hab ich dir gesagt. Was hat denn jetzt? Oh, Mann! Was aber ein Schrotter endlich mag? Gott sei Dank. Meine Güte! Ich gönn mir nochmal ne Heilspritze. Ah. Ah, geil. So. Okay. Äh, ja. Das war's. Das war ein Spaß. Ich dreh mal am Rad. Blut, Pisse, Scheiße, wonach der stinken muss jetzt, ne? Und nach Metall. Ist bestimmt ne super Kombi. Ja, okay. Vielleicht spiele ich gleich was anderes. Ich weiß es noch nicht. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Da hat sich jemand angekündigt. Wat? Oh nein. Wer, was, wo? Wow, 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 wow. Äh, was? Eingang 21c. Wird gut bewacht. Ich muss mich beeilen. Wenn du hast, das Rohr. Es führt zu Tank 6, ja. Aber ich seh keinen Zugang. Ich muss da reinkommen. Okay. Klärung BH 207. Aber erstmal Kiste aufmachen. So, warte. Schön. Schön, ja. Schön, sagt er. Können wir, weil wir haben es ja einmal verbraucht. Ne, können wir nicht. Schade. Wir haben alles voll. Verdammt. Sind wir so gut oder so schlecht. Ich weiß es nicht. Gut, weil wir nix verbrauchen. Ich bin jetzt echt in der Scheiße. Das stimmt wohl. Im wahrsten Sinne des Wortes. Muss er einen anderen Weg finden. Ja. Entweder gut, weil wir nix verbrauchen. Oder schlecht, weil wir es einfach nicht nutzen. Keine Ahnung. Hat er uns gesehen? Oh, anscheinend nicht. Haha. Danke für deine Kalisto-Credits. Die Firma rankt. So. Wollen wir mal. Ja. Wir sind gerade ein bisschen kalt hier. Ich glaube, ich ziehe gleich mal den Pulli an. Oh, da liegt was. Das ist gerade der richtige Zeitpunkt. Warte mal eben. Ich muss mal eben meinen Pullover holen. So. Freunde. So spiele ich jetzt. Aber ja, das ist schon viel gemütlicher. Ah, das ist schon... Das ist schon... Wie viel gemütlicher. So. Wird gerade ein bisschen frisch hier drin. Und Heizungen an ist. Naja. Egal. So. Wo muss ich hin? Weiß ich nicht. Frag ihn mal. Vielleicht kennt er eine Abgehützung. Ich weiß es nicht. Hm. Anscheinend ja nicht. So. Wir müssen hier runter anscheinend. Oder? Nee. Kommen wir da hin. Hä? Wir müssen bestimmt da hin. Oder? Nee. Äh. Ja. Moment. Die Zeche brennt. Geht das hier? Ist das hier so ein... Das sieht aus wie so ein kleiner Hubwagen. Äh. Warte mal. Wir kamen von da. Und müssen dem roten Rohr folgen. Das ist da lang. Kommen wir aber nicht rein. Oh, warte mal. Wir haben ja noch die Kiste, ne? Oder? Können wir die wieder benutzen? Nee. Oh, hier. Das war nur zum Sammeln da. Gut, dass wir da hingegangen sind. Es gibt keinen zurück mehr. Oh. 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 Heppa. Hm. Es ist ja... Lecker hier alles. Was? Was? Wer? Wo? Warum? Wieso? Und überhaupt? Und generell? Kann ich einfach... Äh, was ist das denn? Kann ich einfach im Schleichmodus bleiben? Und wir gehen drumherum? Lalalala Heute ist so ein schöner Tag Lalalalala Da brauchen wir ne Sicherung Und hier haben wir eine Und da hinten ist bestimmt auch noch einer am liegen Wir brauchen zwei Ja, der andere liegt genau da Oh, warte mal Oh, Moment Ist das jetzt das etwas größere Dingen, von dem Wo wir die ganze Zeit plattgetreten haben Was bist du denn? Ihhh 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 Hau ab, Mann Ich habe es Geh weg Oh nein, der kommt Das ist ein anderer Aua 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 Hä? Ernsthaft? Das war ja blöd Überraschungen Ich liebe Überraschungen Jaja Du mich auch So Pluck Weg ist er Kommt er jetzt hier? Ausgetrickst Oh 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 Bist du hässlich? Ja Geh mal lieber da rein So Ja, ich auch Keine Zeit Aua So, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ha Ja, ja Du mich auch Oh Wow Bamm, Junge! Und dann ne Runde! Also, schön in den Hintern. Ich trete den in den Hintern, also. So. Gut, Inventar voll. Wir können es nochmal eben heilen, oder? Können wir uns nicht heilen? Geht das nicht? Wir sind doch nicht voll. Wieso heilt er sich denn nicht? Ach, wir haben nichts zum Heilen. Ach so. Das ist ja blöd. Aber wir können nachladen, oder? Ne. Das ist ein Gesundheitsinjektor und wir können nicht nach... Warte. Ich leg mal was ab. Moment. Äh, Sturz. Wir stürzen mal eben. So, jetzt heilen. Ah. Ja, sehr schön. So. Und weiter geht's. Hello again. Du, ich möchte dich nicht mehr sehen. Nirgendwo in die Arme gehen. Ich muss dem roten Rohr folgen. Ich muss dem roten Rohr folgen. Ja, das ist richtig. Das hast du sehr gut aufgefasst. Was ist das hier? Wo geht's denn hier hin? Wir gucken mal. Ich probier mal. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ich hoffe nicht, dass hier... Es weiter geht. Was? Official Ente! Hallo! Und vielen Dank für dein Raid von 17 Personen. Hallo ihr Lieben. Ich grüße euch. Hallo ihr Entlein. Ihr lieben Menschen. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Was habt ihr denn gespielt? Ihr Lieben. Hä? Wie geht's euch? Hallo und danke für den Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Freut mich. Hallo. Ich hab die Anzeigen aus. Also nicht wundern, wenn hier keine Alerts kommen oder so. Wir nehmen grad für YouTube ein bisschen auf. Aber schön, dass ihr da seid. Ich freu mich. Hallo. Danke. Danke. Schön. Was gab's denn bei euch Schönes? Kekse. Oh, ich liebe Kekse. Hm. So. Hallo. Enter. Enter, 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 enter. Es ist sehr kalt im Weltraum. Freu dich auf ein heiß Getränk. Portion? Hör mit. Sagt mir gar nichts. Hm. Was ist das denn für ein schönes Spielchen? So. Ja. Wie ihr seht, wir sind gerade hier im leckeren... Denk Sida. Die UJC ist für Sida. Wir wünschen einen United. Mond. Auf einer Gefängnisstation, wo es lecker ist. Sieht zumindest danach aus. und die Keine, die wir haben. Siehten. Ich bin jetzt hier. Und das sind, wenn wir es nicht haben, der sind und die Arbeit, die wir haben.